Das darf mich nicht so gelten lassen. Bin ich auch. Ja, dann hast du ein Dich gezielt von Respekt, weil du es nicht auf den Teller bringst, ja? Ja. Tja. Umada ganz besonders. Obwohl sie sich diesmal diese Angewohnheit angewohnt hat. Die Angewohnheit angewohnt hat, ey. Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Keine Ahnung. In mein Chip. Oh, lol. Bin weit. Jawoll. Ist unten bleiben. Ist hoch. Und runter. Und hoch. Und bleiben. Und... Und bin sehr weit. Geschafft. Jawohl. Lagen wir los. Let's go jetzt. Ja, let's go. Und dann machst du, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's... Oder was hast du gesagt? Ich hab's geschafft. One of the easiest, insane demons I've ever played. Yes. Da muss ich mal zustimmen. Huhn so ein 1.100... Nee. 1054. Und hier hab ich 69 Events. Also, ja, super.